Musik Hier haben wir ihn Abseits, Abseits Die Fahne war früh oben Maradona Aufpassen Batista Fehlpass von Maradona Ein deutscher Spieler liegt am Boden Spiel geht weiter, Vorteil Matthäus ist Sie können das nicht sehen Offensichtlich angeschlagen hält Maradona Maradona Eine Ecke Und sofort Maradona 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 Sauber gemacht Von Dietmar Jacobs Das war schon ein bisschen härter Maradona 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 Justy Freistoß Maradona Maradona Uruchaga mit hartem Körpereinsatz, aber korrekt gleichermaßen gut ist, einer der besten von Bilardo Maradona und ja der Erfolg gibt ihm recht, ich dachte zunächst er riskiert Kopf und Kragen, dann ging er doch Maradona trennt sich meist schnell vom Ball hier vielleicht einmal eine Ausnahme ungenaue Spiel Uruchaga, der Einfädler wo ist Maradona Klasse gemacht und Maradona das gibt gelb oder nicht das ist eine beinharte Abwehr da hinten Batista jetzt müssen sie aufpassen Batista was passiert unten schweilhaft weiter Maradona gegen Briegel Ja ein Fehler von der Förster hat wohl auch ein Fiff gebeten Maradona Liedmar Jakobs und Scheer er kommt aus der eigenen Hälfte wer kann ihm folgen ist das die Entscheidung kein Foul kein Foul der Schiedsrichter war mitgelaufen Minuten ich sage nicht die letzten zehn Minuten Maradona artistisch dieser Einlag 2 zu 2 Maradona Maradona kein Abseits Uruchaga Todi halt den Ball nein Milano ist auf dem Spielfeld und jetzt lassen die deutschen Spieler zum ersten Mal es war nicht Abseits ein dickes vielleicht sogar ein großes die Mannschaft die nicht aufsteckt die kämpft Schumacher er hat vorher abgefiffen kein Elfer kein Elfer und das sehen wir gern die Mannschaft die Mannschaft die das spielt was sie kann und wenn einige oder manche von ihnen sagen das reicht halt nicht zwei Minuten zwei Minuten noch zwei Minuten noch Maradona Maradona es scheint kein Fußballspiel mehr möglich zu sein in diesen letzten 60 80 Sekunden der jetzt der jetzt der die die den die die Untertitelung des ZDF, 2020